Hallo Amigos und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der FeuerCave Part 15 zusammen mit Kimi. Ja, und wir sind immer noch sehr talentiert, wir steigen nicht mehr auf, aber egal, wir gehen jetzt nochmal flugs ins Badezimmer und gehen eine Runde baden. Ja, im Feuerkelch. Ja. Okay, ich wollte jetzt diesen Fluch, krassen Flug machen. Ja, hast du ja schon. Ja. Kraft, du Rad, ja. Ah, nee, Bad, zurück, äh, geht nicht, oder? Nein. Und jetzt zurück, egal. Weil das ist unnötig, Capra Tractum, Dings, da bringt mir nicht so viel. Hä, du hast Capra Tractum? Ja. Ausgewählt? Das war noch. Capra Tractum? Kräuterkunde. Ja, ist doch. Ja, nee, das ist nicht Capra Tractum. Herbivicus. Herbivicus, meine ich doch. Ja, das ist aber auch trotzdem unnötig, also nimm da was anderes. Was hast denn du da noch? Nimm mal einen Fluch. Ja, das ist doch. Warte, hey, was hab ich denn da sonst überhaupt? Aber doch, nehm ich eben. Ich hab hier geguckt, deswegen. Ah, ja. Links unten. Steht das nicht. Ja, ja, ja. Ich hab's für die Zuschauer nochmal gesagt, bis deswegen. Weil die sehen ja nicht, wenn ich irgendwo auf dem Bildschirm hinzeige. Passt. Das ist ja dick genug. Oh, das ist alles als bekannte Badezimmer. Big enough dick genug. Aber ja, das wissen wir hier jetzt, wo was ist. Seht man es jetzt aus wie die Unruhe ist. Und ich bin ja richtig krass im Fluch. Jetzt halt und... Ah, nee. Stimmt. Aber unten war, glaube ich, auch noch eins. So. Herbivicus. Du hast Herbivicus doch nicht genommen. Ja, brauchen wir auch nicht. Wir müssen ja da oben lang. Ja. Ich glaube, da müssen wir vorher doch dort freischalten, oder? Ja, ja, war so. Komm zurück. Nö. Doch, doch, doch. Ich weiß es noch. Erklinge. Grenn. Ich hasse diese Viecher. Einfach rennen. Ach, oh. Aha, jetzt muss er den Baum so nahmen. Oh. Ach, der ist egal. Oh. Ach, der ist egal. Der Nikolos. Alter. Ja, so richtig krass, wie ich mit Fluch und Fluch reinhau. Ja, diese Brümchen. Wir müssen hier, glaube ich, hoch. Zuerst. Und das ausschalten. Und dann da hin. Und dann zurück. So war das, glaube ich. Hühnchen. Hoppeln. Ja, das sehen wir auch. Ich brauche eure Hilfe. Äh, ja. Hä? Hä? Gluckstern rum. Heute habe ich schnell gesiegt. Wer Mikroos? Ne, das brauchen wir nicht. Doch, bevor wir auch. Nein, das ist doch nur für das Schicksal. Nein. Nein. Nein, da müssen wir auch mit uns landen, um damit zu scheiden, oder? Das war das so. Doch, dann müssen wir da kamen. Ich trage doch mal auf so einer Brücke anwenden, damit wir dann von der anderen Seite. Noch mehr Bohnen. Ich mag diese Bohnen sehr. Ach, das wissen wir, glaube ich, inzwischen alle. Hallo, Harry? Hallo, Harry? Hallo, Harry. Hier war doch... Nein, da kamen wir ganz dran. Das bringt uns das da, müssen wir sowieso ausschalten. Das bringt uns das. Das bringt uns das, dass wir... Das ist doch... Das ist doch... Ach so. Ich habe gerade was befürchtet. Egal. Ich bin nicht das. Ja. Boah. Wie ich den richtig schnell hingemacht. Weck gemacht. Hallo, Harry, zu machen. Ja, sagt man der Pflot. Ja, sagt man der Pflot. Ja, sagt man der Pflot. Tastatur-Rennen. 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 Rennen sie wieder weg. Wurrr. 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 Kombi-Zauber. Toller Zauber. Toller Zauber. Toller Kombi-Zauber. Achtung, löschen. Zauber. Tastatur-Rennen. Oh, mir glaub ich nicht. Oh, mir glaub ich nicht. Tastatur-Rennen. Tastatur-Rennen. Wer weiß, vielleicht schon das Sauer-Mann da rum. Oh, siehste? Bin ich du, oder? Bin du weiter gegangen? Und jetzt hatte ich wieder... Entsündung. 2.000 3.150 müssen wir nicht vorher noch was abschalten da war doch dieses eine ging noch woanders Harry Harry 3 hier war nämlich das andere Schild und wir müssen hier lang nee vorher müssen wir hier hoch warte ich guck mal guck mal warte mal 3 wir haben ein Wettbewerb 3 er bekommt den Dachhof auch ab ich glaube da brauchen ja auch und ich bin in der ersten unterkündigte mein Gott bei und haben nein Nein! Oh, richtig geil mit dem Abtreibstuch gerade. Tati Madenwaffe. Jetzt noch ein Ding. Oh, eine Bohne. Oh. Bohne. Ich? Ja, ne. Ich brauche Leben. Ich brauche Leben. Schiff. Die erste Jahre. Das war jetzt letztes Mal nicht gebraucht. Man gibt es auch eine Mode. Äh. Bin doch dabei, keine Ahnung. Nein! Nein! Ich bin doch dabei! Ich bin doch dabei! Ich bin doch dabei! ich glaube wir sollten mal wieder erst auf bei den nächsten Gegner machen glaubt dann ich habe keine Ahnung wo bei mir S ist ich muss sie aktivieren also ich kann sagen wir so als wenn es bis beide wir haben das einmal ausprobiert ich glaube der ersten Folge oder so Stimmen hat dann dein Boden hat anders umgeleuchtet ganz alt doch und da hatten wir es ja und das kommt dann aber in der nächsten Folge die wir dann irgendwann mal aufnimmt ja ja dann würde ich ich habe keine Lust immer dieses hin und her das ist echt anstrengend naja gut aber es war lustig und ja wieso sind wir nur noch begabt das ist besser als als talentiert ja dort schon okay also dann das war's von dieser Folge bis zum nächsten Mal adios amigos tschüss x Untertitelung des ZDF für funk, 2017